Oh, Bro! Kennst du es noch? Ja, kenn ich noch. Komm, lass mal machen. Ach nee. Guck mal rein. Warte, ich will auch reingucken. Ich will auch reingucken. Ich will auch mal reingucken. Vier Zimmer rum. Okay, komm, ja. Geht ja nicht, ich hab Handschuhe an. Ja, musst du ausziehen. Mach das doch nochmal und ich guck mal von hinten. Zieh mal kurz die Handschuhe aus, Joey. Näh, näh. Weißt du, Joey will das auch erleben und dann ist er nicht mal bereit, hier ein bisschen Engagement zu leisten. So, zusammen und jetzt so. Jetzt musst du reingucken. In der Innenstadt von Hamburg. Was soll das sein? Ja, weiß ich auch nicht. Was soll das sein? Nochmal. Ich guck mal bei dir rein. Könnte ich dir meist gar nicht leisten.